ja hallo wir sind hier auf der webinale in berlin ich bin hartmut schlosser von entwickler.de und bei mir ist heute der marcus burkowski hallo hallo marcus du hast den tag emerging technologies hier auf der webinale kuratiert darüber wollen wir ein bisschen sprechen was erwartet uns da morgen ja wir haben dieses jahr einen extrem spannenden tag zusammenstellen können das ist meine große herausforderung diesen tag zu kuratieren weil es natürlich alle zwei jahre komplett neue emerging technologies gibt und wir nicht wirklich auf unseren pool von bekannten speaker zurückgreifen können und immer neu suchen müssen und wir haben dieses mal fast so ein bisschen einen dystopischen tag gebaut wir haben einen unfassbar tollen talk zum thema social scoring system in china das ist sozusagen ein bisschen die antipode zu unserem eu daten grundschutz den wir hier gerade zelebrieren also was macht china mit den daten seiner bürger es gibt gamification komponenten es geht bis dahin dass man dann auf den dating plattformen besser dasteht wenn man mehr punkte gesammelt hat in den ganzen anderen plattformen nicht zu viel verraten aber es ist ein hoch spannender talk aus unseren für unsere ohren teilweise sehr beunruhigend und leicht befremdlich was in die ähnliche richtung geht auch nicht wirklich etwas was uns euphorisch sein lässt ist das thema echtzeit video manipulation oder stichwort deepfakes daran wird seit langem gearbeitet dass also wir haben uns ja daran gewöhnt dass ein bild nicht mehr unbedingt authentisch ist und das was wir auf dem bild sehen nicht unbedingt der wirklichkeit entspricht das gleiche wird in zukunft mit videos passieren wir werden uns nicht mehr darauf verlassen können dass das was im video gezeigt wird tatsächlich so passiert ist ja das hat natürlich weitreichende implikationen auf die ganze medienlandschaft wie verhindert man sowas wie geht man somit fake videos sozusagen um wir haben aber natürlich auch erbaulich ist wir haben was zum thema mindfulness also ein bisschen ganz anderes thema google ist da ein pionier mit seinem google search inside yourself programm und wir haben einen zertifizierten trainer von dem seo institut hier der uns erzählen wird was macht google da eigentlich wie kann ich das für mein unternehmen einsetzen es geht um thema mitarbeitermotivation es geht aber ja das ganze große thema thema mindfulness was ja jetzt fast schon im mainstream bei uns auch angekommen ist darüber werden wir was hören wir werden was über das thema health care hören also was kommt eigentlich nach der genom sequenzierung das war ja so das letzte große ding und wenn man guckt in was alles investiert wird in aktuell speziell in den usa in diese health care firmen wie viel geld da rein fließt dann wird eine ganze reihe an dingen auf uns zukommen jetzt eher so im abschnitt von zehn jahren vielleicht und da haben wir einen referenten der uns dann ausblick geben wird wie wird sich denn der health care sektor ganz konkret auch für uns als patienten oder als jemand der sich um seine gesundheit bemüht verändern du selbst bist im bereich emerging technologies ja auch ja immer vorne mit dabei also erkennst das als ein strategischer bestandteil deiner deiner arbeit wenn ich das mal so sagen darf was ist da für dich momentan gerade noch besonders spannend ja man weiß es dann immer erst hinterher was jetzt wirklich spannend geworden ist also wir haben uns lange und tun das immer noch mit dem thema virtual reality auch meldet reality beschäftigt ist ein eine technologie die in der breiten masse angekommen ist aber es aus der nische eigentlich nie wirklich raus geschafft hat muss man sagen aktuell ist sicherlich das thema voice so einzuordnen wo man auch schauen muss gibt es jenseits von spitz ein paar spezifischen anwendungen wo wo es wirklich sinn macht fälle das ist das klassische user interface wie wir es kennen vom telefon also ich vergesse mal den pc ich bin jetzt schon komplett eigentlich bei mobile weil das ist eigentlich das primäre user interface für die meisten leute womit sie das internet oder digitale dienste nutzen wird das tatsächlich verdrängt werden durch dinge wie alexa ich bin mir da noch nicht so wirklich sicher ja es steht ja auch sozusagen der pc in frage zukunft des webs ohne pc mobile voice interfaces thema maschinen learning ist ganz groß thema eventuell auch blockchains spielt das eine rolle für dich hatten wir beides interessanterweise auf dem letzten und vorletzten emerging technology day also wer zum webinale kommt und dem emerging technology day besucht der kriegt immer die sachen mit die in zwei bis vier jahren passieren mit blockchain ist eine ist eine revolutionäre technologie die man nicht so leicht versteht die aber gerade die branchen die von der digitalisierung noch nicht so betroffen waren dramatisch umwälzen kann und das zweite also deep learning machine learning artificial intelligence ist auch ein thema was wir hatten auf der auf dem emerging technology day was ähnlich wie diese mini video manipulation schon über die jahre gewachsen ist was an universitäten begonnen hat dann bei den großen playern so im forschungszweig gelaufen ist quasi und jetzt ganz viele dinge in der cloud befeuert ohne dass wir als end user ist eigentlich tatsächlich mitkriegen und natürlich auch das thema was wir vorher hatten voice interfaces voice recognition auch erst sozusagen ermöglicht hat oder auch so übersetzungsdienste die wir jetzt momentan zu sehen gut also spannende sache morgen dieser tag freuen uns drauf vielen dank marcus für den kleinen ausblick vielen dank euch fürs zugucken und 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 Untertitelung des ZDF, 2020